Ich lerne Deutsch. Nummer 1228 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich schmücke mich gerne außergewöhnlich, um meinem Freund zu gefallen. Planst du etwas Besonderes an diesem Wochenende? Auf einem Volksfest röstet der Koch den grünen Spargel. Nach jedem Training trinke ich einen Proteindrink. Nach jedem Training trinke ich einen Proteindrink. Nach jedem Training trinke ich einen Proteindrink. Mir schwirrt der Kopf. Das sind wesentlich mehr Informationen, als ich jetzt verarbeiten kann. Mir schwirrt der Kopf. Das sind wesentlich mehr Informationen, als ich jetzt verarbeiten kann. Schon in der Schule interessierte ich mich für naturwissenschaftliche und mathematische Probleme. Verrate mich nicht, ich sollte eigentlich längst am Arbeitsplatz sein. Verrate mich nicht, ich sollte eigentlich längst am Arbeitsplatz sein. Ich habe dieses Spiel selbst zusammengebaut. Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Wenn ich einen Apfel esse, gibt es dann Spaghetti mit Tomatensauce? Wie lange dauert es, bis der Abschleppwagen hier ist? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Meine Tochter war zum ersten Mal in einem großen Aquarium. Anna hat vorher noch nie so große Fische gesehen. Wir sind rundum zufrieden. Unser Leben könnte nicht besser sein. Wir sind rundum zufrieden. Unser Leben könnte nicht besser sein. Wir sind rundum zufrieden. Unser Leben könnte nicht besser sein. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich auswählen soll. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich auswählen soll. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Farbe ich auswählen soll. Wie lange muss ich hier noch warten? Wann bin ich an der Reihe? Ich habe gerade ganz aufregende Dinge erfahren, die ich dir unbedingt mitteilen muss. Warum trägst du diese Maske? Spielst du in einem Theaterstück? Warum trägst du diese Maske? Spielst du in einem Theaterstück? Warum trägst du diese Maske? Spielst du in einem Theaterstück? 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 Wie konnte das passieren? Was habe ich falsch gemacht? Ich bin zu alt für diesen Stress. Wir fahren mit sechs Personen und viel Gepäck. Deshalb fahren wir mit zwei Autos. Wir fahren mit sechs Personen und viel Gepäck. Deshalb fahren wir mit zwei Autos. Wir fahren mit sechs Personen und viel Gepäck. Deshalb fahren wir mit zwei Autos. Zwei goldene Trauringe liegen in einer offenen roten Schachtel. Zwei goldene Trauringe liegen in einer offenen roten Schachtel. Ich habe mich verlaufen. Wie finde ich den richtigen Weg zum Bahnhof? Ich habe mich verlaufen. Wie finde ich den richtigen Weg zum Bahnhof? Mein Nacken tut wieder weh. Ich sitze zu lange an meinem Schreibtisch. Mein Nacken tut wieder weh. Ich sitze zu lange an meinem Schreibtisch. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020